Präsentiert von provideo-podcast.de, Ihr ProfiCast für bewegte Bilder. Wie Sie am besten die Auto-Keyframe-Funktion verwenden, demonstriert Ihnen der Trainer in diesem Video. Wenn ich in After Effects eine Eigenschaft animieren möchte, so muss ich zunächst hier auf die Stoppuhr klicken. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich will die Deckkraft bei 0% anfangen lassen, aktiviere jetzt hier die Stoppuhr, gehe zu 2 Sekunden. Wir benutzen mal hier dazu die Möglichkeit, das direkt im Zeitleister einzustellen und erzeugen jetzt dadurch den Keyframe, dass wir den Wert auf 100% verändern. Das ist natürlich auf Dauer oft sehr anstrengend, dass man immer erst die Stoppuhr auswählen möchte. Wir schauen uns daher mal die etwas vereinfachte Variante an, das Ganze mit dem Auto-Keyframe-Modus zu animieren. Ich aktiviere jetzt mal hier die Auto-Keyframe-Aktion. Wir wählen uns jetzt hier wieder die Eigenschaft an, drücken mal auf T, ändern die Deckkraft einfach auf 0 und wir können jetzt sehen, After Effects übernimmt schon mal eine der Aufgaben für mich, erzeugt mir hier ein Keyframe. Ich gehe jetzt ein bisschen weiter zu 6.0, ändere den Wert wieder auf 100% und After Effects erzeugt einen zweiten Keyframe. Die Ebene blenden wir jetzt auch nochmal ein und dementsprechend haben wir hier eine schöne Aufblende erzeugt. Das ist natürlich auch praktisch, wenn man zum Beispiel auf die Art und Weise animiert, gehen wir nochmal hier zu 10 Sekunden, dass ich jetzt eine Ebene herein animieren möchte. Auch hier befinde ich mich im Auto-Keyframe-Modus, das heißt ich schiebe die Ebene nach rechts. After Effects erzeugt jetzt, wenn wir das aufklappen hier, automatisch einen Keyframe für die Position. Normalerweise wäre jetzt der Wert einfach für die gesamte Ebene verändert. Und wir gehen jetzt hier wieder weiter zu 12 Sekunden, schieben die Ebene wieder rein oder klicken jetzt einfach auf Zurück. Und in dem Moment habe ich jetzt hier meine Animation. Das Ganze im Keyframe-Assistenten vielleicht noch auf Easy-Ease-In, damit wir hier ein Abbremsverhalten simulieren können. Jetzt lege ich nochmal die letzte Ebene an. Wir ändern jetzt die Skalierung auf einen Wert von 50% und hier muss ich natürlich jetzt aufpassen. Dadurch, dass ich das eigentlich global für die gesamte Ebene machen wollte, habe ich mir jetzt natürlich mit der Auto-Keyframe-Eigenschaft hier gleich ein Keyframe erzeugt. Also es ist durchaus sinnvoll, diese Funktion von Zeit zu Zeit, wenn man das für die gesamte Ebene einstellen möchte, also globale Einstellung vornehmen möchte, wenn man nicht animieren möchte, dass man diese dann ausschaltet. Jetzt wollen wir aber hier einen neuen Effekt hinzufügen, zum Beispiel einen Schlagschatten-Effekt. Wir wählen den Anklicken, ziehen ihn auf die Ebene und ich möchte jetzt diesen Schlagschatten animieren. Bleiben wir hier ruhig bei 15 Sekunden und ich schalte wieder Auto-Keyframe an. Der Vorteil ist, ich muss mir nicht die einzelnen Parameter hier jetzt aussuchen, sondern ich kann das jetzt entsprechend hier direkt einstellen. Das heißt, ich kann hier die Entfarnung und die Glätten-Funktion einstellen. Drücke ich jetzt die Taste U, sehe ich After Effects hat für Glätten und Entfernen automatisch Keyframes erzeugt. Das Ganze machen wir jetzt noch für die Deckkraft. Und jetzt kann ich hier einfach weitergehen zu 20 Sekunden beispielsweise und jetzt hier die Richtung oder die Entfarnung des Schlagschattens ein wenig verändern. Die Glätten-Funktion ändern wir jetzt mal hier den Wert. Und dementsprechend ist es natürlich sehr viel schneller, hier Änderungen zu machen. Wir machen das Ganze nochmal für einen weiteren Effekt, den Sci-Core-Effekt-Light-Sweep. Den wähle ich jetzt hier an. Wir gehen hier einfach nochmal zurück. Auto-Keyframe-Modus ist noch aktiviert. Das heißt, ich brauche in dem Fall hier zum Beispiel einfach nur meinen Parameter zu ändern, so wie ich ihn dort haben möchte. Gehe jetzt zurück auf den nächsten Keyframe und sage, das soll jetzt hier einmal so rüberlaufen. Und wir können sehen, dadurch, dass die Auto-Keyframe-Eigenschaft aktiviert worden ist, habe ich sofort die Aktion. Wir können das Ganze nochmal kontrollieren, indem wir wieder die Taste U drücken und sehen, After Effects hat automatisch für die Center-Eigenschaft hier Keyframes erzeugt, ohne dass ich auf die Stopp-Bot klicken musste. Insofern für viele Eigenschaften kann es sehr praktisch sein, die Auto-Keyframe-Funktion zu verwenden. Da, wo Sie sie nicht brauchen, schalten Sie einfach ab und dann haben Sie die Kontrolle darüber, auf welchen Eigenschaften Sie hier Keyframes setzen möchten. Das heißt, wenn ich jetzt hier meinen Light-Sweep noch etwas einrichten möchte, zum Beispiel indem ich hier jetzt die Richtung ändere, das sind jetzt wieder globale Eigenschaften, oder hier die Größe des Light-Sweeps nochmal ein wenig anpasse, dann ist es natürlich in dem Fall sinnvoll, hier diese Funktion wieder zu deaktivieren, denn hier möchte ich jetzt ja eben gerade globale Einstellung vornehmen und keine Animation mehr. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017